Ich verspreche Ihnen jetzt schon mal, dass es nach diesem Champions-League-Finale zwischen dem FC Barcelona und Manchester United eine Reihe von Bildern gegeben hat, die ich noch nie gesehen habe in einem Fußballstadion. Das hier gehört dazu. Und wie es dazu kam, hat mit Piquet zu tun, mit Barcelonas Verteidiger. Der hat sich nämlich das ganze Netz weggeschnippelt. Wie hat er überhaupt die Schere ins Stadion bekommen? Wir haben schon gemutmaßt, ob er Shakira eine Netzstrumpfhose basteln will. Franz, hast du das schon mal gesehen? Das habe ich noch nie gesehen. Aber das ist ein ganz klarer Fall von Diebstahl. Ich glaube, das wird ein Nachspiel haben. Das wird ein Nachspiel haben, aber egal, was für eins. Es ist ein außergewöhnliches Bild und davon haben wir noch eine ganze Menge. Das werde ich noch nie gesehen.